Musik Hey und herzlich willkommen zu einer Runde TTT mit dem Boah man, hast du das langweilig gesagt und der ist hier gerade vor mir gestorben Wieso stirbt denn der schon wieder? Der brennt jetzt schon, alter Alter, meinst du die lag denn, wir sind aber keine lags? Alter, aber stimmt bei mir auch gerade Alter, 25, 28, 29 FPS Was ist da los? Keine Ahnung Ich weiß nicht was ich bin Wüsste ich gerade auch nicht Bin ich jetzt T oder nicht? Ich weiß nicht, ich... Ach, unschuldig, ok Alter, lauf nicht auf mir rum Ja, leider ist der Deutsch Brecheisen Alter Nein Der hat mich umgebracht Guck mal vor Bist du schon dort? Ja Dinger, rette mich Mann Ja, der ist T Bring bitte diesen Rage-Mango um, alter Das ist ein Traitor Das ist ein Traitor Das ist ein Traitor Ich glaub ich bin selber T Mir steht doch da unten dran, alter Warte Okay, bei mir unten steht unschuldig Ich bin mir nicht Hm Geil, weil du... Meine Mutter ruft an, alter Warte Ja, okay, nachträglich Ich sehe nicht so, dass die auf... dass die Aufnahme läuft Ähm, dein T-Test ist ein Turtles Was ist da? Turtles Was soll das sein? Ja, ich hab's nicht... jumpen Ja, da gibt noch mal einen Rage-Mango, hat er gesagt Ich weiß grad nicht Ich hab das Scheiß-Spiel lange nicht mehr gespielt, oder? Ich hab's nicht mehr auf dem Server von Danny hoch Hocken, hocken, hocken Hocken, hocken Hocken, hocken Hocken, hocken, hocken Hocken, hocken, hocken Pisse, mit dem Pisse 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 So Er bleibt Ich bin nicht sicher Schmeiß mir hier mal die Granale Mit Wirsti zu ihnen Boom 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 Hahaha Wo ist denn der Typ, wo ist denn der Typ, Alter? Wo ist denn der? Boah Wo ist mein Herz jetzt? Ach da Da kann ich erst mal ein bisschen was rausschneiden, oder so, weiß ich auch nicht, ist ja mir egal Was für ein Report, Alter, to his report, aha Was für ein Report, Alter, to his report, aha Das kann ich natürlich Barna Oh, kann eine Vertrauen haben, ich sag dir auch nicht, kann alles ausmachen, Alter jetzt er Ja, dank die Team Meine Herren Ja, nicht! Das nennt sich das glaube ich, die Team weiß ich nicht Warte, was, wieso muss ich fünf Minuten warten? Geil, was schon die neue Runde, oder so? er ist ja gestorben die Weiserschein des Fietern wieder vier Minuten dann ist auf einmal fünf wie heißt mich doch verraschender er hat nicht gekriegt der wurde umgenatzt alter anders sind da alles zu erinnern was ich hab mich gerade so gedreht und ihn gesehen Prozent Prozent Lolle sind das 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 sind das sind verdammte Errein wie leben denn noch und zwei Leute okay da gibt es ist KM wer jedoch Romel eine Einheit im Handelsang Mausbau Höhe das haben wir noch mal E.B. Dörle Spackow ist es soll schaffen die nicht mehr auf den er hat Ein Jetpack, Alter. Alter, ich will da rein. Bring ihn um, du Lappen! Hat man das gehört im Voice? Ja, hat man. Weil die anderen habe ich nämlich alles ausgeschaltet eigentlich. Leu. Mann, hör mal, man hat nicht gehört. Hat irgendwer drauf geantwortet? Nein. Oh, schade. Leg ihn ab! Okay, dich habe ich auch ge... Hä? Ich habe das doch rausgeschalten. Bitte was? Hä? Okay, ist doch wieder an, alles klar. Okay, okay. Alter, das ist mit dem Jetpack schon mal ein bisschen unfair. Ey, kommt schon, du! Alter, du Affe, kriegst ihn doch jetzt mal. Alter! Jetzt bring ihn um, du Fisch! Joo, dann bring ihn um, du ... Ja, father. mit jedem der Wettbewerb älter in der Nähe bei den sie mit 0 0 Null 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 nichts passiert wird bitte nicht lernen bitte nicht zahlrein Milch ist da er ist gerade im fest dann soll er nicht herkommen wir kommen rein auf unsere Hausnummer auch mal die dritte Liga mit dem Ladebildschirm einiges aussteigen ich so gar nicht nichts aber erlaubt er das heißt die sind gesamt wurde gesammt und dann wird gesammt dies insgesamt 0 Tode ist es ein einziges 0 und zweiter Null in uns sind ein Zündnis Null das ist noch ein bisschen weiter dem Loppen so ist es zu entdeckten auch bei mir regnet es ins Fenster ein Nein, Alter. Also hier aufreffen... Mann, ich kann ja auch noch Fenster zu machen! Bei mir scheint die Sonne! Jetzt kann ich Fenster zu machen senden die Klient-Info. Ja, das will ich hoffen. Wenn ich jetzt noch mal warten kann... Da lass dich! Ich brauch Sound-Stand-Bahn, wirst du nicht... Ich hoffe, Knilch kommt jetzt nicht hier rein. Ne, kommt nicht rein. Kommt nicht rein. Bitte kommt rein. Boardiot, Alter. doch So, äh... Stink-Server, okay Hallo Stink-Server Okay, also hier sind schonmal äh... pinke Ränder, das sieht schonmal gut aus Gibt's hier irgendwo Waffen? Jo, da ist ne Waffe Wow, hier ist auch ein Error Lass mich doch zu raus hier! Mensch! Mensch Digga! Alter, du ist ein Grafikkild, bei mir ist alles lila. Ja, bei mir ist auch fast alles lila. Ja, bei mir ist auch fast alles lila. Ich bin nicht mehr packt irgendwie bis zum Irgendwie. Ich chine das noch. Dann chine das noch mal runter. Wow, scheiße, hier ist alles doppelt. Geil. Ja, das ist echt so. Woa, ich seh den Ball. Digga, was? Jetzt sieht es ja voll lässlich aus. Kann ich die Scheiße noch mal runterladen. Ich hab ge... Ich bin... Ich bin gestorben! Okay, da ist ne wunderbare Wand, kommt mir vor. Sorry, da hast du nicht auf mich geflossen, aber ich hoffe, dass du gerade gesnipert. Ich hab nicht mal gesnipert. Geil mal zu ihm ein, wo ist er? Wo ist er? Ich hab diesen Scheiße... Bist du vor, oder lebst du noch? Diese... ...hat mich umgebracht. Achso. Na gut, gut zu wissen. Und jetzt lieg ich hier... Warte, warte, ich kann mich ja bewegen, stimmt. Hehehe. Dieser Peppen, Alter! Schwuchte! Vor allem werde ich noch gebannt, aber das soll ja mir egal sein. Hehehe. Du kannst ja immer egal sein. Hallo, du bist der Oda! Boah, Alter, was ist das? Alter! Puh! Wie es hier rumbackt! Lagi B! Lagi B! Die Detektive! Woah! Alter! Hä? 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 Dm. 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 Emblem. Ah, ich kann mir ein Emblem machen, Alter! Emblem! Ich hab mir schon hier halbwegs gemacht, guck an. Hier Emblem. Helikopter, Alter! Kann ich hier noch ein anderes nehmen? Boah. Ich kann hier nichts beim Emblem machen, ey. Kann gar nichts tun. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kriegt man so eine Liste. Die hab ich auch auf einmal, äh, zack boots gehabt. Ah! Du musst auf das Plus drücken, Alter. Achso! Ein floppy disk ist das. Ja hab ich doch gesagt. Waffe mal ganz groß machen. Dass die zu groß ist. Ähm, ne große Waffe. Äh, die Waffe ist pink. Safe. Boah, ich mach die Waffe schwarz. Das passt perfekt drauf. Ich muss noch verdrehen. Oh geil, ich muss noch verdrehen. Oh, sieht doch gut aus. Ja, schon wieder. Nein, schon wieder so. Der geil, der aber mehr. Puh. Ist das jetzt ne Tür sein? Dran, Granade. Wo sind die Waffe? Wo bist'n du? Ich bin in dem Haus. Oh, da ist ne Sniper. Äh, ich komm auch grad ins Haus. Äh, ist hier ne Waffe? Hallo? Nein, hier ist nicht. Oh, ich hab ein Schuttgewehr, alter. Wo bist'n du? Ähm, auf dem Dach. Auf dem Dach. Wo geht's denn da lang? Boah, das sind die Errors ohne Ende. Guck mal direkt unter dir. Du hast, du hast den Skin da, alter. Ah, nein! Wo soll's denn da aufs Dach gehen, höh? Gibt's hier nen Point-Shop, alter? Ich hab schon einen FT, glaub ich. Ne, F3. Die Spieleauswahl. Wem Spiele nehm ich wohl? Ich nehm nur diesen Spieler. Okay, ich hab... Wieso wär ich immer gekillt?! Und kein anderer blickt das! Was ist das?! Wer hat Dich gekillt, weißt du nen Namen? Syntax-Error. Syntax-Error. Keiner blickt das?! Der, der steht da rechts. Äh, hinter dir. Der ist Tee. Das merke ich schon, wie der geht. Boah. Der geht grad... Der geht grad hier die Tür raus. Alter, ist der behindert? Lach! Ich lass niemanden zu, dass dich jemand killt. Oh, wo ist der Arsch? Ich bin auch schon tot. Der ist Tee. Der ist Tee, seh ich gerade. Jetzt sieht man, dass der Tee ist. Der geht auf das eine Haus da drauf. Aufs Dach oder nicht? Nein, nein, auf das Holzhaus. So warte, vielleicht kann ich den Haus da oben auf ihn drauf fetzen. Vielleicht stirbt er ja. Das ist ne Banane. Ich bin ne Banane. Der steht da oben. Da hinten, da hinten steht der. Auf dem anderen Holzhaus gegenüber da. Da hinten steht er, du Fisch. Orange. Nimm mal ne Orange. Nein, naja. Ich hab nicht gesehen. Ich glaube, er geht aufs Dach, glaube ich. Da warte, er ist da unten wieder. Fuck. Alter, er will... Komm, krieg ihn! Ja, warte. Ich wurde eingesnipert. Er weiß aber nicht. Komm da oben. Ball ihn ab. Ball ihn ab. Ball ihn ab. Ball ihn ab. Okay, ich raus hier. Schon mal wieder. Ja. Ist da grad eine Aufnahme. Komm, komm, komm. Weiter. Er steht da. Warte, er kommt grad wieder hin. Er kommt ganz vorsichtig. Achtung. Ja! Wuhu! Geile Scheiße, Digga. Na, 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 na. Jetzt gehen wir mal gucken, ob der T war. Mhm. War der T? Mhm. Geil! Alter, bei mir ist alles so ein geiles Error. So geil sieht es aus. Der ist T. Der ist T. Der ist T. Alter, hast du zocken. Ja. Ist so. Äh, der hat mich reported. Genau. Wer hat dich reported? Wer hat dich reported? Der Error hat mich reported. Ich hab sogar so eine Meldung gekriegt. Ich wurde reported. Den, den, den hast du grad umbringen können, den Typ da. Wuhu, du was? Ja, ja, weil... Ja, ja, weil... Da, hier. Da, hier. Hier, hier, hier. Da, hier. Da, hier. Da, hier. Da, hier. Da, hier. Da, hier. Boom. Du hast ihn kein bisschen getroffen. Ich mal. Hab ich gesehen. Nein! Toll. Warte, genau, warte. Warte. Genau. Du warst. Du warst. T. Senden. Ah, so sieht die Map schon besser aus, Alter. Hä. Hä. Hä, äh. Hä, jetzt scheiße. Gut. Scheiße. Äh, äh. Vergibt mir nicht. Äh, vergibt mir nicht. Ja, wen juckt's? Ja, wen juckt's, Alter. Ja, sowieso kein Leben. Oh das Wasser! Ö ÖÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö? Ö ÖÖ Ponder reportet mich Öö zerleilt Jazarle halt, ich will Er verschwindet Ich nenn nicht ja die Ponderstunde erst mal, dass mich jemand vielleicht horr that Geht, jetzt mach doch mal was kann ich es können weil ich kann es können Degel ich hier gefangen Blutöding so lange geht es erst einmal in den Leuten ich bin tausend Dollar Antana wenn ich auch kam Aachen Anni das hat Oh, Geist, die Musik. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser kleinen, klitzikleinen Aufnahmen mit dem Dominik-Dingensbums und so. Also, falls es euch gefallen hat, positive Wertungen da lassen und kommentieren, alles Mögliche. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüss!